Zollverein Zugang zum Weltkulturerbe und zum Ruhemuseum Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ein schöner Wagen, ein schöner Wagen. Eine Straße in 5 Minuten. Ich denke, dass es da hinten auch noch eine Stelle gibt. Oder, denn da steht abseits Katernberg. Manche das Kühl. Türstörung. Manuell behoben. Eine Fahrt ist ja quasi ausgeworfen, sondern aus dem Wagen. Die Dreh. Das ist auch großartig. Das ist die Fliesengrenze. Die Schleife. Dann sind die 107 da unten. Dann ist der 1.2 L-Wagen. Und hier ist auch eine Haltestelle. Ich werde jetzt erfahren, dass es auch nicht so freiwillig ist, weil er so weiterfahren wollte. Denn hier hält die 107 hier nicht wie er durchfährt. Und da ist das gute Stück. Wow. Manche waren um 1.8.0. ein kommenden VA-Netzner aps. Oder dann kommt wenig Tore. Das ist eineamschlüge des Wahlkampf precis, dem ist auf die alte Tarte. Aber das ist ein hohes Rätterwagen. Dieser Reiter-Radier-Flohrwagen. Nein, nein, das ist sogar der erste Typ, der wir hier vor waren. Zur Verein Nordbahnhof. Oh nein, er muss sich nicht aufsteigen. Zur Verein Nordbahnhof.